So, hi und hallo ihr Lieben. In diesem Video möchte ich euch nochmal herzlich zum Training einladen, denn unsere Studios sind schon längst wieder offen. Aber wo seid ihr? Ich glaube, ihr habt seit Covid-19 so ein bisschen die Faulheit so einschleichen lassen. Und ich kann nur sagen, kommt vorbei, es findet wieder ganz normales Training statt und zusätzlich trainieren wir auch draußen. Das heißt, wenn euch das zu unsicher sein sollte, indoor, haben wir outdoor in Köln und in Bonn unser Bootcamp. In Köln ist das meistens am Aachener Weiher und in Bonn im Hofgarten. Und selbst indoor haben wir großzügig die Punkte abgeklebt. Ihr könnt einfach kommen, ihr müsst euch nicht anmelden. Wir haben genug Kapazitäten in Köln und auch in Bonn. Der Boden wird desinfiziert mit Alkohol. Also ihr müsst keine Bedenken haben, das Training kann jetzt wieder unter normalen Umständen stattfinden, entweder draußen oder auch drinnen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich denke, wenn ihr mal zu Hause einen kleinen Test machen wollt, lauft mal die Treffer hoch und runter. Und wenn das nicht mehr so gut funktioniert, würde ich sagen, es ist spätestens Zeit, wieder vorbeizukommen. Denn wir sind wieder für euch da. Und ich hoffe, dass ihr demnächst wieder tatkräftig hier bei uns im CK Team aufschlagen werdet. Bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Zeit und kommt wieder vorbei zum Training.